Wie heißt du? Mein Name ist Stefan und ich bin 20 Jahre alt. Welche Lehre machst du? Ich mache gerade den Lehrberuf IT-Systemtechniker. Meine Hauptaufgaben sind zum Beispiel Notebooks aufsetzen und Handys aufsetzen, sowie auch die Systemadministration. Was hast du vor der Lehre gemacht? Vor meiner Lehre habe ich die HTL mit dem Schwerpunkt Informatik besucht. Wie ist das Arbeiten im BRZ? Es gibt immer neue Herausforderungen zu bewältigen und man lernt auch immer dazu. Tipps für das Bewerbungsgespräch? Sei pünktlich, freundlich und vor allem immer du selbst. Welche Jobs nach deiner Lehre? Nach meiner Lehre kann ich als IT-Techniker, Systemadministrator und als First-Level-Supporter arbeiten. Lieblingsfach? Also mein Lieblingsfach in der Berufsschule ist das IT-Labor und ich konnte schon sehr viel Wissen auch in der Arbeit anwenden. Tipps für zukünftige Lehrlinge? Sei hilfsbereit und zeig Interesse. Was haben wir da wirklich gesagt? Das gibt's ja nicht. Das ist der Wahnsinn.